Der wird zwar gut. Zeige den eisernen Lords, was du drauf hast. Wir haben Zone C eingenommen. Führung übernommen. Zone B ist sicher. Der Feind hat Zone A erobern. Der hat in meinen Keh geklaut. Der ist tot. Bitteschön, gern geschehen. Ziemlich lang. Mit Granate gekillt. Totale Kontrolle, gute Arbeit. Zone B wieder einnehmen. Ziemlich lang. Ziemlich lang. Ziemlich lang. 2 sind tot. Alter. Ich hab den noch umgenietet. Ich bin erster Platz mit 2000 Punkten. ist aber er geht bei hat hier liegen super energie das ist eine voce Perfekt, zweimal assist, danke. Ja, ich habe die Granate geworfen, deswegen waren die so schnell so wenig. Ich habe schwere Munition geholt. Oh, von hinten. Vorsicht, Waffe bei A, Hammer bei A. Der Idiot. Der ist besoffen gewesen. Ich habe genug gesehen. Ja, wir hatten Laguna-Gnadenregel. Wir waren so weit vorne, dass die einfach nicht mehr gewinnen konnten. Und die Gnadenregel macht dann in 10 Sekunden Schluss. Wir müssen nur 10.000 Vorsprung haben. 10.000 Vorsprung und dann wird Gladenregel aktiv. Ich bin erster Platz, ich hätte es schon wieder fertig gehabt. Ey, ich habe eine 2.0 KD. Geil. Ja, das ist ganz ehrlich, das ist lächerlich, wenn ich mal erster bin. Ich habe die Aufgabe hier eigentlich drin, Laguna. Eine 10er-Kill-Serie kriegst du sowieso nicht hin. Der Witz war gut. Der Witz war gut. Der Witz war gut. Genau. Nee, das heißt aber, ich glaube, das sollte es ja wirklich 10 Kill-Serie machen. Wem jetzt nicht irre. Ja, Aurora müsste es am besten wissen. Die 10er-Kill-Serie hast du, glaube ich, heute nicht gemacht, Aurora. Deswegen wundert es mich. Das ist keine... Doch? Ja, gut dann. Siehste? Doch. Also ganz ehrlich, leere Läufer gefällt mir gerade viel besser in PvP. Ich mache gerade richtig Spaß damit. Sind die da alle in der Mitte, einfach eine riesengroße Bubble draufschießen. Ich habe garantiert, mir sind es zwei Kills. Beim Blitz, da aktiviere ich erstmal und laufe rum. Wo sind Gegner? Wo sind Gegner? Da muss man mir... Wenn Gegner in der Nähe sind, das mache ich auch immer. Und dann läuft der Gegner vor mir weg. Das hatte ich schon häufiger. Die sind vor mir weggelaufen, die ganze Zeit. Ich habe sie nicht einholen können. Weil der einfach nicht so sprinten kann dann. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, leere Läufer ist auch ganz gut. Ich habe einmal mit dem leere Läufer fünf Kills auf einmal gemacht. Da waren fünf Idioten in einem Punkt drin. Ach, das hatte ich schon dreimal oder so. Dreimal hatte ich das in Eisenbanner bisher. Immer 10.000 Punkte Vorsprung. Wenn wir mal 10.000 Punkte Vorsprung haben. Takonaut habe ich zwar schon, aber ich mag den nicht. Und ich habe noch 10.000 Punkte shipped. Jetzt spieg ich mal die andere Seite. ortspr A und Z 정도. Näh zu C, Jungs. Ein getarter Typ. Ich hab'n getarnten grad umgenietet, ne? Oh Gott ey, das war geil. Den B1. Alter. Ja, ja, der hat dich mit dem Schwertheft zerlegt. Alter, was war das? Scheiße, die hat mich mit einem Schlag niedergeschossen, aber wie jetzt? Lustig. Führung übernommen. Alter, vier Leute bei A, B. Wärts mal super voll. Ich werd' traumhaft sie jetzt rein zu feuern. Die laufen nur zusammen rum, die laufen nur zusammen rum. Echt? Hahaha, der war gut. Also diesmal verlieren wir, aber egal. Ey, schießt, schießt auf ihn mit Schrotflü- Hinter. Schwere Munition kommt. Was? Wieso ist der so schnell tot? Oh, die Leute. Hammerwerfer waren grad im Glück, komm ich's tot. Schwere Munition verfügbar. Scheiße, ich hab' keine Granate mehr, ey. Fünf Leute haben sich schwere Muni geholt. Einer mit Schwert, zwei mit LMG und einer mit Raketenwerfer. Und noch irgendwas. Was genau weiß ich nicht. Aber klar, Ehrgeiz des Barons. Was? Die rennen nur zusammen rum, das ist so armselig. wenn mal super voll ist dann kill ich die erst mal sagt bescheid wenn alle bei a sind alter ich hätte jetzt zwei oder drei leute auf einmal erwischen können so neb mitzvorschung nicht ja ja und dreier kill ich hab ein dreier kill gemacht alter ich hab alles gekillt den vierten leider nicht der ist abgehauen die waren so dämlich der grüner geht weiter so wir treffen nicht sein dass wir verlieren ich habe er gedrückt schon wieder so neutralisiert mehr schwere motion was da das ist doch nicht normal wird direkt weggeschossen hatte wir auf solchen noch nichts drücken ja manchmal läuft gut und manchmal läuft scheiße die sind die ganze zeit nur zusammen rumgelaufen also ist nicht das große disziplin stärke aber disziplin stärke so so